Wie kommt man an die Meinung von Studierenden? Sagen wir zu einem Thema wie, wie wird sich die Lehre in den nächsten 25 Jahren entwickeln? Der direkte Weg ist natürlich hingehen und fragen. Ich denke, Studenten aus aller Welt können dann übers Internet an Lehrveranstaltungen teilnehmen. Also ich denke, Lehrveranstaltungen finden dann nur noch digital statt. Ja, also Bücher wird es dann wahrscheinlich nicht mehr so viele geben. Das meiste ist dann sicher digital. Gut, aber wie sieht das aus, wenn ich viele Meinungen in kurzer Zeit haben möchte? Jeden einzeln zu befragen, bedeutet einen hohen Zeitaufwand mit relativ geringer Ausbeute. Eine weitere Methode ist die schriftliche Befragung. Man könnte seine Frage beispielsweise auf eine Postkarte drucken und diese an Orten auslegen, an denen sich häufig Studierende in großer Zahl aufhalten. Um es möglichst unkompliziert für die Studierenden zu gestalten, stellt man noch einen Briefkasten auf, in den die dann ausgefüllten Kärtchen eingeworfen werden können. Kommen wir mal zu solchen Methoden, die man auch im Sitzen durchführen kann. Soziale Netzwerke und aktuelle Lernplattformen bieten die Möglichkeit, solche Umfragen relativ einfach zu erstellen und den Link zu der Umfrage per E-Mail-Verteiler an die Studierenden zu versenden. Die Ausbeute ist dabei natürlich enorm von der Bereitschaft der Studierenden abhängig, an einer solchen Form der Befragung teilzunehmen. Gibt es eine Methode, die modern ist, mit der ich direkt an die Studierenden herantreten kann und die dabei trotzdem in kurzer Zeit eine hohe Ausbeute an Antworten verspricht? Moderne Feedback-Systeme bieten diese Möglichkeit, wie beispielsweise ARS Nova. ARS Nova kann von jedem Angehörigen einer Hochschule im Verbund der Hochschulen Sachsen-Anhalts genutzt werden. Nach der Registrierung und der Anmeldung als Dozent hat man die Möglichkeit, eine Umfrage mit beliebig vielen Fragen in verschiedenen Frageformaten anzulegen, zum Beispiel als Multiple-Choice-Frage. Das Ganze nennt sich dann Session. Dieses Feedback-System ermöglicht die Interaktion mit den Studierenden in Lehrveranstaltungen. Man startet die Session beispielsweise auf dem Laptop, generiert innerhalb von ARS Nova einen QR-Code und projiziert diesen mit dem Beamer an die Wand. Die Studierenden können diesen Code mit ihren Pads und Smartphones scannen und sind sofort in der Session ohne Einloggen. Jetzt gibt man den Studierenden reichlich fünf Minuten zur Beantwortung der Frage und hat dann sofort die Ergebnisse der Umfrage parat. ARS Nova findet man unter diesem Link arsnova.uni-halle.de ARS Nova